Hi Leute, es ist wieder Sven vom Casetester-Blog. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier natürlich wieder mein iPhone 16 Pro Max liegen. Und in diesem Video geht es einmal um mattes Panzerglas. Da hatten auch einige in den YouTube-Kommentaren geschrieben, dass sie unbedingt da mal einen Test von haben wollten. Ja, das ist auch matt, sieht noch nicht so aus. Okay, ja, ich habe zwei Stück bestellt. Wir haben die Marke Kistlery dabei. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Und wir haben Banks dabei. Ja, wir werden die beiden Panzergläser jetzt auch gleich mal zusammen aufkleben. Und dann werden wir auch zu den Vor- und Nachteilen kommen. Aber die größte Frage, die wir eigentlich hier alle haben, ist mit schwarzem Rand oder ohne schwarzen Rahmen. Und das finden wir jetzt in diesem Video heraus. Ich habe euch das Ganze unten in dem Video beschreiben verlinkt, falls ihr irgendwas davon kaufen wollt. Und ja, ich sage einfach mal, viel Spaß mit dem Video. So, wir starten mit dem Panzerglas von der Marke Kistlery. Wie gesagt, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Das habe ich mir gekauft auf Amazon für 11,98 Euro für zwei Stück. Das heißt, wir sind bei 5,99 Euro pro Stück. Ja, wir kleben das Ganze jetzt mal zusammen auf. Und dann kommen wir zu den Vor- und Nachteilen. So, wir sind fertig. So schaut das Ganze dann aus. Ja, starten wir mal direkt mit den Vorteilen. Wir haben hier ein richtiges Matt- und auch ein richtig gutes Gefühl mit dem Finger. Ihr kennt das wahrscheinlich, wenn ihr so ein mattes Panzerglas drauf habt, dass es irgendwie besser anfühlt, als wenn ihr keins drauf habt. Oder wie gesagt, so diese glänzenden Panzergläser. Montage ist einfach mit dem Rahmen, habt ihr gerade gesehen. Touch- und Face-ID funktionieren. Man hat es gerade gesehen, es ist entsperrt. Wir haben alles an Zube dabei, was wir benötigen. Und auch das ist mit allen Höhen aus meinem Höhen-Test genauso verfügbar. Also passt auf jeden Fall. Schaut mal rein auf meinen Kanal. Dort ist auf jeden Fall das Video zu mehreren Höhen schon. Das waren die Vorteile. Kommen wir zu den Nachteilen. Wir haben hier ein Panzerglas, ein kleines Panzerglas. Es verdeckt nur das Display. Das heißt, gerade so. Das heißt, wir können von der Seite so drauf gucken. Und wir sehen halt noch so ein bisschen so, dass das Display da unter durchscheinen ist halt nicht so schön. Ich bevorzuge da wirklich die Panzergläser mit schwarzem Rahmen. Die verdecken einen ganz, ganz kleinen Teil vom Rahmen, beziehungsweise vom Rahmen vom Display. Allerdings decken die die ganze Front ab. Und das gefällt mir halt deutlich besser. Ja, matte Panzergläser. Die machen das Display sozusagen pixellig. Das sieht so aus, als wenn das iPhone auf einmal pixellig wäre. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Es liegt natürlich am Panzerglas. Es sieht halt nicht so schön aus. Oder man gewöhnt sich halt dran. Ja, das Ganze ist sichtbar dadurch, dass es halt klein ist. Dann sieht man halt hier so diesen Rahmen vom Panzerglas. Und man sieht halt auch das Blau dadurch schimmern von meinem Hintergrund jetzt. Also wenn ihr so ein Panzerglas habt, lieber einen dunklen Hintergrund nehmen, dann sieht man das nicht. Ja, und diese kleinen Panzergläser, die haben auch keine abgerundeten Ecken. Das heißt, ihr spürt das Panzerglas hier halt ein bisschen so an den Seiten, wenn ihr da mit dem Finger drüber fahrt. Das war es eigentlich auch schon. Kommen wir mal zum Fazit. Hier haben wir ein richtiges, mattes Panzerglas. Das Panzerglas bedeckt jedoch nur das Display, nicht den Rahmen. Ich zeige es nochmal, wie das so von der Seite aussieht. Also cool sieht es auf jeden Fall aus, muss man sagen. So, kommen wir mal zum nächsten. So, das nächste Produkt kommt von der Marke Banks. Habe ich gekauft auf Amazon für 17,99 Euro für zwei Stück. Das heißt, wir sind bei 9 Euro pro Stück. So, warum geht das jetzt nicht auf hier? Na, komm raus. Ja, so schaut das Ganze aus. Wir haben hier eine riesen Verpackung. Wir haben auch hier so ein paar Sticker mit dabei, die echt ganz hilfreich sind, muss ich euch sagen gleich. Ja, und das ist das Panzerglas. Wir kleben das jetzt zusammen rauf und dann kommen wir zu den Vor- und Nachteilen. So, das Panzerglas klebt, hat ein bisschen gedauert. Hatte da oben so zwei hartnäckige Luftblasen. Aber wenn man da wirklich lange genug mit den Fingern, mit dem Druck drauf bleibt und es ganz langsam rausschiebt, dann gehen die auch weg. Also hier hat es auf jeden Fall sehr gut geklappt gerade. Starten wir mit dem Vorteil. So, erstmal kurz gucken, wie das Ganze aussieht. Das Display wird nicht pixellig. Also hier haben wir ein mattes Panzerglas, das halt nicht diese Struktur drin hat, dass wir sozusagen sehen, dass das Display pixellig wird. Und es hat einen schwarzen Rahmen, ist dadurch wirklich kaum sichtbar. Wenn man mal so drauf guckt, merkt man eigentlich nicht wirklich, dass hier ein Panzerglas drauf ist. Wir haben auch abgerundete Ecken. Wir spüren es eigentlich hier kaum mit dem Finger, wenn wir hier rüberfahren. Die Montage ist sehr einfach durch dieses System hier. Man legt sozusagen das Ganze drauf und zieht hier einfach die Trägerfolie weg. Ihr müsst aber wirklich aufpassen, dass euer Display komplett sauber ist. Weil wenn da ein ganz kleines, ja, wie soll man sagen, ich weiß nicht, ob Staub das auch macht, aber kleine Steinchen, wirklich ganz, ganz kleine Steinchen, noch kleiner wie Sand. Ja, wenn ihr das da drauf habt und zieht das da einmal drüber, weil ihr drückt ja hier auch drauf, dann kann das schnell passieren, dass ihr euch einen richtig fetten Kratzer ins Display reinhaut. Kommen wir zum nächsten Vorteil. Touch und Face ID funktionieren. So, das Ganze ist entsperrt. Alles dann super dabei, was man benötigt. Und das Ganze ist auch mit allen Hüllen aus meinem Test kompatibel. Schaut mal auf meinen Kanal vorbei. Kommen wir zu den Nachteilen. Verdeckt etwas das Display. Ich mache mal kurz die Kamera auf. Ich mache mal eben den weißen Untergrund hier weg. Also wenn ihr genau von oben drauf guckt, dann könnt ihr diese beiden Striche hier noch sehen. Allerdings, wenn ihr so ein bisschen von der Seite guckt, dann sieht man das halt schon nicht mehr. Das ist halt wegen dem schwarzen Rahmen. Dafür bedeckt das aber halt auch die ganze Front. Also es gibt halt leider nur zwei Möglichkeiten. Entweder es wird nur das Display bedeckt oder es wird die ganze Front bedeckt und dafür wird hier ganz, ganz kleiner Millimeter, also das ist nicht mal Millimeter, abgeschnitten vom Display. Also in der normalen Benutzung merkt man das nicht. Ich habe auch so ein Panzerglas immer drauf. Also ich merke das auch nicht, dass da was abgeschnitten wird. Manche merken es aber und meckern. Wie gesagt, müsst ihr selber wissen. Ja, Fingerabdrücke sind trotzdem drauf, obwohl wir, glaube ich, auch hier so ein Anti-Fingerprint, Strong Anti-Fingerprint haben wir hier. Starke Anti-Fingerabdrücke haben wir sogar drauf. Trotzdem haben wir hier die Fingerabdrücke drauf. Allerdings jetzt nicht. Ja doch, eigentlich auch schon ziemlich stark. Ich hoffe, ihr könnt das überhaupt sehen in der Kamera. Nächster Nachteil. Ja, das Ganze ist nur zur Hälfte matt, was sicherlich einige von euch jetzt auch schon bemerkt haben. Es sieht nicht so richtig krass matt aus. Ich habe hier die beiden nochmal liegen und daran sieht man das halt auch nochmal. Wenn ich mal das Handy so dahinter mache, das ist schon ein Riesenunterschied. Deshalb hat man hier halt auch diese pixelige Struktur nicht drauf. Ja, das fühlt sich auch nicht so matt an, wenn man jetzt rüberfühlt. Es fühlt sich ein bisschen an, aber eher so wie so ein, ja, dieses Glossy. Also diese, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Ja, ihr wisst, was ich meine, diese Panzergläser, ne? Gut, kommen wir zum letzten Nachteil. Ja, die Sticker hier, was ich gerade auch gezeigt hatte. Das sind ja eigentlich die Sticker, womit man den Staub runterholt. Aber wenn man damit den Staub runterholt, dann dauert das eine halbe Stunde und dann habt ihr schon wieder da oben Staub drunter. Deshalb glaube ich, dass die Dinger viel geiler sind. Und ja, da steht auch sogar Dust Removal drauf. Also die sind auch dafür da. Ich dachte erst mal, die sind einfach nur der Coolness halber dabei. Aber den könnt ihr wirklich hier komplett drauflegen und einmal abziehen, habt den ganzen Staub weg. Also das ist wirklich eine geniale Sache. Ja, genug gelabert. Kommen wir zum Fazit. Das matte Panzerglas von Banks bedeckt die ganze Front. Leider auch ganz leicht das Display durch den schwarzen Rahmen. Es gibt jedoch mattere Panzergläser, haben wir gerade gesehen. Dies hier ist eher halb matt und fühlt sich auch nicht matt an. Dadurch wird aber das Display auch nicht pixelig. Also müsst ihr selber wissen, ob ihr sowas möchtet oder das eben. Das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Werdet Abonnent. Verpasst ihr solche Videos in Zukunft nicht mehr. Ich habe euch die beiden Panzergläser unten in die Videobeschreibung geschmissen. Könnt ihr da draufklicken und kaufen. Und ich sage wie immer, bis zum nächsten Video.